Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der REMAX News. Schön, dass Sie wieder dabei sind und das ist unser erstes Thema. Bereits das dritte Jahr in Folge werden in Österreich weniger Einfamilienhäuser verkauft. Der Preis ist jedoch auf einem Allzeithoch. Mehr darüber erfahren Sie jetzt. Die Gesamtjahreszahlen liegen noch nicht vor, aber die Immobilienexperten von REMAX analysierten den Einfamilienhäusermarkt im laufenden Kalenderjahr und das zum Halbjahr. Wie schon die letzten beiden Jahre ist der Einfamilienhausmarkt auch im Jahr 2021 spürbar rückläufig. Auf das Jahr 2020 fehlen 5,1 Prozent. Das bedeutet in absoluten Zahlen wechselten heuer rund 4.800 Einfamilienhäuser von Jänner bis Juni ihren Besitzer. Vor drei Jahren waren es noch rund 1.150 mehr. Beim Preis für Einfamilienhäuser geht der Trend dadurch weiter nach oben. Während vom ersten Halbjahr 2019 auf 2020 der Verkaufswert in Summe um 40 Millionen Euro gestiegen ist, betrug den REMAX-Experten zufolge der Wertzuwachs von 2020 auf 2021 stolze 246 Millionen Euro mehr. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das ein Plus von 44,8 Prozent. Vom Halbjahr 2020 auf das heurige Halbjahr erhöhten sich die Preise um 13,5 Prozent. Das führt zu einem durchschnittlichen Einfamilienhauspreis von rund 307.000 Euro. Weiter zum Thema Digitalisierung. Hier beschreitet REMAX einen mutigen und innovativen Weg. Neben den vielseitigen Angeboten in der Online-Objektbesichtigung sind die REMAX-App, die Erreichbarkeit über verschiedene Messenger-Dienste und das digitale Angebotsverfahren Meilensteine der letzten Jahre. Neu ist, dass REMAX und das Wiener Startup PropUp nun Formulare bei einer Immobilientransaktion digitalisieren wollen. Sie wollen damit sozusagen den papierlosen Makler für eine nachhaltigere Zukunft auf den Weg schicken. Das Ziel ist dabei klar. Die digitale Abwicklung bedeutet eine große Zeitersparnis für alle Beteiligten. So bleibt bei aller Digitalisierung mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich das Persönliche. Durch das Engagement der REMAX-Innovationsbotschafter konnte zum Beispiel in den letzten Wochen gemeinsam mit PropUp das digitale Übergabeprotokoll entwickelt werden. So ermöglicht REMAX ihren Kunden ein besseres digitales Kundenanlebnis bei einer Immobiliendienstleistung. Was heißt das jetzt genau? Der REMAX-Makler erstellt für eine reibungslose Übergabe einer Immobilie wie gewohnt ein sogenanntes Übergabeprotokoll. Aber ab jetzt auch digital und nicht mehr nur auf Papier. Langwierige Niederschriften wie zum Beispiel der Zustand der Immobilie, Inventalliste, Fotos ablegen, Zählerstände ablesen etc. Das alles kann mit nur ein paar Klicks in der neuen digitalen Lösung von REMAX erledigt werden. Durch die digitale Signatur wird auch automatisch gleich eine E-Mail an alle relevanten, beteiligten Personen mit dem unterzeichneten Übergabeprotokoll als PDF-Versand. Fazit? Weniger Papierverschwendung, Beschleunigung der nötigen Bürokratie und transparente Echtzeitprotokollierung einer Immobilienübergabe. Der Anspruch dabei ist ein positives Kundenerlebnis und das sind weitere große Schritte zu maximaler Kundenfreundlichkeit. Vor allem in der aktuellen Zeit hat das Thema Wohnen leider nicht nur schöne Seiten. Besonders traurig, wenn Alleinerziehende unschuldig in prekäre Wohnsituationen kommen. Da ist eine schnelle und unbürokratische Hilfe sehr viel wert. REMAX und das österreichische Rote Kreuz haben dazu vor einigen Jahren schon den REMAX Wohnungsnotfonds für Alleinerziehende gegründet. Mehr dazu jetzt. Vor Weihnachten läuten die Telefone beim österreichischen Roten Kreuz wieder häufig. Alleinerziehende Mütter und Väter in besonderen Wohnnot-Situationen brauchen oft rasch eine Überbrückungshilfe, um das Dach über dem Kopf retten zu können. Der Wohnungsnotfonds und die individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes helfen Familien rund um das Thema Wohnen. Einmalig und unbar werden Mietrückstände beglichen, offene Energiekostenrechnungen übernommen oder Zuschüsse zu dringend benötigten Haushaltsgeräten gewährt. Neben der finanziellen Unterstützung erhalten Betroffene auch professionellen Rat, damit neue Perspektiven, Hoffnungen und Zukunftschancen wieder gelebt werden können. Auch im schwierigen Jahr 2021 konnten viele Familien in Not wieder auf die Unterstützung von REMAX und dem Roten Kreuz bauen. In diesem Sinne sind wir am Ende der letzten Ausgabe im heurigen Jahr angekommen. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon, Sie bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bleibens gesund.